Hi, weiter geht's mit Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Yukiteru empfängt uns schon nicht. Guten Morgen, heute geben wir wieder unser Bestes. Aber sicher doch. Ist sie das? Ist das die Basis von diesem Team aller Alba? Oh. Sieht nach gar nichts aus. Deprimierend, nicht wahr? Hm. Welches Retterteam hat denn auch so eine Bruchbude? Ist ja total uncool. Wer seid ihr? Oh. Sieh mal, ein Briefkasten. Hi, yeah. Sieh mal, was drin ist. Jetzt halt mal die Luft an. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da macht? Treffer. Rettungsjobs. Ja, ist das nicht entzückend? Nimm sie alle mit. Halt. Die sind für uns bestimmt. Lasst eure Finger bei euch. Hi. Ist doch egal, wer den Job macht. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, dass ihr es nur wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Willst du wissen, wie es läuft? Als Retterteam kann man sich so gut wie alles leisten. Keiner muckt auf. Dabei wollen wir nur eins. Die Welterschaft. Was? Wie bitte? Die Welterschaft? Hör ich recht? Nee, du hast schon richtig gehört. Deshalb schäfeln wir ordentlich zaster und stärken unsere Gälen. Die Welt ist bald unser. Und weißt du, wer wir sind? Das Team des Bösen. Team Übel. Genau das sind wir. Mwahaha. Bis bald, ihr dumpf Wacken. Hihi. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Und weg sind sie. Was für fürchterliche Gesellen. Hä? Oh nein, es ist leer. Was? Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Flop, flop. Klok, klok. Heißt das willkommen zwei Briefe? Was für ein Glück. Plipa hat uns Post gebracht. Wir können wieder Pokémon retten. Diese Typen. Das nächste Mal, wenn wir sie sehen, sollten sie sich besser warm anziehen. Okay, was gibt es denn heute? Ich habe mich wohl verirrt. Wow, das ist so heftig. Okay. So, und dann gehen wir mal wieder zum Pokémonplatz. Ach, mein Gott, ey. Kannst du das nicht einfach direkt an mein Lager schicken? Müssen wir erstmal ein bisschen umsortieren. Was kann denn mal weg? Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Das weiß kommt, ich kann auch erstmal weg. Und der PSY kann auch weg. Jupp. Okay, alles deponiert. Nein. Das wäre es erstmal. Wollen wir mal schauen, was es für neue Jobs gibt. Und na, wo war der Job, den wir bereits eingesammelt haben? Stahlberg. Hilfe. Ich bitte um Rettung. Stahlberg E6. Na, okay. Gehen wir halt nochmal zum Stahlberg, ne? Da haben wir sonst nichts vor. Gah, dieses Team übel. Wenn wir die nochmal wieder gesehen, dann. Dann gibt's aber mächtig Ärger. Aber gehen wir die Sache mal ganz entspannt an. Ach ja. Ich vergaß. Diesmal haben wir nicht ganz so viel zu tun. Ach, bringen wir schnell hinter uns. Damit wir die Story ein bisschen vorantreiben. Ein Orangengummi. Nix. 118 Poke. Ein dummes Stolunio, das sich wegblubbern lässt. Dass sich nicht wegblubbern lässt. Nachbenutzt wird auch direkt mal das Gummi. Das Gummibonbon schmeckt mir. Ich weiß nicht, der IQ steigt etwas. Liebe Kinder, macht das bitte nicht nach. Nur weil ihr Gummibächen esst, wird euer IQ nicht höher. Und wir müssen wieder ganz zurück. Wie sollte es auch sonst anders sein? Ich hab ja immer so ein Glück. Geh weg, du Geflügel. Geh doch. Nicht aufwecken. Nicht aufwecken. Nicht aufwecken. Nimm das. Aua. Was soll das? Ich hab so schön geschlafen. Mir egal. Aua. Dank dir, dank dir, dank dir, dank dir. Ne, das Stolunio lasse ich jetzt aber in Ruhe. Aber das nicht. Ah. Aber wir sind hier alle am Schlafen hier, ey. noch mehr Geo-Rock-Brocken. Mann, dieser Samen, kannst du ihn von da nicht treffen? Ja, Level 12. Ich würde mal gerne Arqva-Knarre lernen. Das ist wesentlich besser als nur Blobber die ganze Zeit. Und dieser Samen sollte mal Absorber erlernen. Das ist vor allem bei Endbauskämpfen unglaublich nützlich, wenn er sich selber heilen kann. Und ich merke die Zeitrennung so langsam davon. Ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen in diesem Video. Hm, geh weg. Nein, nicht Erdner. Blob. Ach nee, wieso hat sich Tackle ein? Jetzt kann ich auch ruhig nochmal Tackle einsetzen. Auch noch ein Gummi, wie praktisch. Sorry, Pupons. Aber du musst sterben. Die Aufgangspunkte sind es mir auf jeden Fall wert. Was haben wir denn da? Ein Wirbel-Opp. Totaler Schrott. Ziel eben erreicht. Aber darum verfolgt uns schon wieder jemand. Wo bist du? Oh nee, jetzt müssen wir doch nach oben. Was vollst du hier so rum? Ist du ein Mann oder eine Memme? Pupons, Pupons. Also Pupons ist eines dieser Pokémon. Ich wette, es gibt niemanden. Aber auch wirklich niemanden auf der Welt, der Pupons als Lieblings-Pokémon hat. Also wer Pupons als Lieblings-Pokémon hat, der kann sich gerne bei mir melden. Weil da bin ich echt gespannt drauf. Hast du los, Shigi? Nicht mehr fit heute? Shigi, uns rennt die Zeit davon. Ich möchte zumindest den ersten Auftrag noch erledigt haben. Jey, gut gemacht, dieser. Und Money. Money, Money, Money. Ah, zickzack, so wirst du mal auf den Keks. Geh weg. Entferne dich. Geh aus meinen Augen. Jey, hier ist das Taubsee, das wir retten sollen. Aber das retten wir erst im nächsten Video. Bis dann. Bis dann.